willkommen bei zur vorschau im heutigen video sehen wir uns die besten alles schneider test an ich habe diese liste basierend auf meiner persönlichen recherche und meinung zusammengestellt und versucht die produkte nach preis qualität langlebigkeit und mehr aufzulisten wenn du den preis sehen und mehr über diese produkte erfahren möchtest kannst du die links in der beschreibung anklicken legen wir jetzt also am besten gleich mit der liste los angefangen auf platz nummer fünf haben wir der ritter alles schneider markant der faltbare alles schneider ist aus pflegeleichtem kunststoff gefertigt und eignet sich zum schneiden verschiedenster lebensmittel die messergeschwindigkeit kann an das jeweilige schneidgut angepasst werden und der abnehmbare und teilbare schneideschlitten ermöglicht einen schlittenhub von 18 cm diese schneidemaschine ist perfekt zum schneiden einer vielzahl von lebensmitteln die klingengeschwindigkeit kann an das jeweilige schneidgut angepasst werden und der abnehmbare und teilbare schneidschlitten ermöglicht einen schlittenhub von 18 cm ein praktischer hobel der leicht zu reinigen ist und perfekt in jede küche passt der klappbare alles schneider ist aus leicht zu reinigen dem kunststoff gefertigt und eignet sich zum schneiden einer vielzahl von lebensmitteln nummer vier ist der ritter alles schneider dieser alles schneider wird in deutschland hergestellt und ist aus metall gefertigt wodurch er selbst tragend ist die bodenplatte besteht aus bruchsicherem sicherheitsglas und der abnehmbare schneidewagen ermöglicht einen verfahrweg von 18 cm zum lieferumfang gehören außerdem eine gezahnte klinge ein schneidewagen ein rest halter und eine bedienungsanleitung diese universal schneide maschine wird in deutschland hergestellt und ist aus metall gefertigt wodurch sie selbst tragend ist die bodenplatte besteht aus bruchsicherem sicherheitsglas und der abnehmbare schneidewagen ermöglicht einen verfahrweg von 18 cm im lieferumfang enthalten sind außerdem eine gezackte klinge ein schneidewagen ein restehalter und eine bedienungsanleitung mit dieser schneide maschine platz nummer drei haben wir der ritter der ritter universal schneider wurde zum schneiden von fleisch käse brot und gemüse entwickelt er kann sowohl als sandwich toster als auch als gemüseschneider verwendet werden der hobel besteht aus rostfreiem stahl und kunststoff und ist leicht zu reinigen er wird mit zwei zusätzlichen klingen in verschiedenen stärken geliefert der schlitten kann in der höhe verstellt werden so dass er auch größere stücke wie brot oder ganze tomaten aufnehmen kann auf diese weise müssen sie die klinge nicht entfernen wenn sie große stücke schneiden was diese schneide maschine sehr vielseitig macht der ritter universal schneider ist eine großartige ergänzung für jede küche weil er so vielseitig ist er kann sowohl als sandwich toster als auch als gemüseschneider verwendet werden der hobel ist aus rostfreiem stahl und kunststoff gefertigt und wird mit zwei zusätzlichen klingen in verschiedenen stärken geliefert nummer zwei ist der greff master die master m20 universal schneide maschine ist das allround arbeitspferd für die anspruchsvolle küche der leistungsstärke flüsterleise motor sorgt für glatte saubere schnitte und schneidet direkt auf ein tablet oder eine bodenplatte der schieberegler hat eine momentan und eine dauerfunktion und kann zum anhalten des messers während des betriebs verwendet werden die schnittstärke von 0 20 mm kann über die skala am gerät eingestellt werden die master m20 universal schneide maschine wird mit einer messer abdeckplatte aus edelstahl geliefert die die finger vor schnittverletzungen schützt wenn die lebensmittel abfälle nach dem gebrauch aus der maschine entsorgt werden darüber hinaus bevor der schieber bewegt werden kann muss der sicherheitsknopf auf der oberseite des geräts gedrückt werden schließlich die nummer eins auf unserer liste der et max elektrischer diese wurst schneide maschine kann sowohl von links als auch von rechts händern benutzt werden die verstellbare klinge ermöglicht es die dicke jeder scheibe individuell einzustellen so können sie problemlos scheiben von 1 mm bis 15 mm dicke schneiden dieser elektrische alles schneider ist ideal zum schneiden von brot wurst käse fleisch oder gemüse und vielen anderen lebensmitteln mit einem durchmesser von bis zu 10 cm die scharfe edelstahl klinge ermöglicht saubere und präzise schnitte und lässt sich sehr leichtgängig in die gewünschte position bewegen diese elektrische alles schneide maschine ist ideal zum schneiden von brot wurst käse fleisch oder gemüse und vielen anderen lebensmitteln mit einem durchmesser von bis zu 10 cm die scharfe edelstahl klinge ermöglicht saubere und präzise schnitte und bewegt sich sehr leichtgängig in wie immer findest du alle links zu diesen produkten in der beschreibung unten danke fürs ansehen und wenn du dieses video nützlich gefunden hast gib ihm doch ein like und teile es und vergiss auch nicht unseren kanal zu abonnieren für mehr coole videos wie dieses